Bis zu 7,5% Rentenerhöhung zum 1.7.2024 für rund 3 Millionen Rentnerinnen und Rentner. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, bei uns auf Rentenbescheid24.de kommen immer mehr Anfragen zu dem Thema pauschalisierte Zuschlagslösung für EM-Rentner, für hinterbliebenen Rentner, die ja zum 1.7.2024 kommen soll. Da gab es unter anderem eine Anfrage, ob ich denn nicht noch einmal so eine kleine Übersicht machen kann, wie denn da die Vorgehensweise ist. Also erst einmal folgendes. Die gesamte Rechtslage zu diesem Thema ist komplex. Das muss man einfach mal so sagen. Aber rund 3 Millionen Rentnerinnen und Rentner, und zwar EM-Bestandsrentner oder auch hinterbliebenen Rentner oder Rentnerinnen und Rentner, die nahtlos an einer EM-Rente eine Altersrente bezogen haben, können bis zu 7,5% pauschalisierten, abschlagsfreien Zuschlag am 1.7.2024 auf ihre Rente bekommen. Und ich will Ihnen einfach mal die Übersicht zeigen, die ich hier Ihnen angefertigt habe. Ich hoffe, dass Sie es einigermaßen gut lesen können. Und zwar geht es um Folgendes. EM-Bestandsrentner, deren Renten nach dem 31.12.2000 und vor dem 01.01.2019 begonnen haben. Also Sie merken sich einfach, die am 01.01.2001 begonnen haben und bis zum 31.12.2018 begonnen haben. Diese Personengruppe kann am 01.07.2024 unabhängig von der normalen Rentenerhöhung, die vielleicht dort auch noch kommt, bis zu 7,5% mehr Rente bekommen. Voraussetzung ist aber, Sie müssen diese EM-Bestandsrente oder diese hinterbliebenen Rente am 30.06.2024 noch beziehen. Diese Regelung erfasst auch solche Rentner und Rentnerinnen, die nahtlos an die EM-Rente eine Altersrente bekommen haben und diese auch noch am 30.06.2024 beziehen. Das ist also praktisch diejenigen, die am 31.12.2000 bis zum 01.01.2019 eine EM-Rente bekommen haben und dann irgendwann mal zum Beispiel im Jahr 2020 an die EM-Rente nahtlos anschließend eine Altersrente bekommen haben. Die können auch von dieser Zuschlagslösung profitieren. Selbstverständlich auch die Menschen, die eine hinterbliebenen Rente beziehen. Aber die dürfen sie nur in dem Zeitraum, also sie darf nur in dem Zeitraum vom 31.12.2000 und vor dem 01.01.2019 begonnen haben. Hier ist ein kleiner Fehler drin, da fehlte eins bei der 2009, da müsste 2019 stehen stehen, aber Sie sehen es mir bitte nach. Ja, also ist ja klar. Und die können auch bis zu 7,5% mehr Rente bekommen. Meine Damen und Herren, diese sogenannte Zuschlagslösung bis 7,5% erfasst einen abschlagsfreien Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten aus den bestehenden persönlichen Entgeltpunkten aus der jeweiligen Rente, die am 30.06.2024 bestehen muss. Also, Beispiel, Sie haben eine EM-Rente und die EM-Rente, die monatliche Rente aus dieser EM-Rente wird berechnet aus 55,5555 persönlichen Entgeltpunkten. Das heißt also, da drin ist der Abschlag schon enthalten. Dann bekommen Sie, wenn diese Rente am 30.06.2014 begonnen hat und diese Rente auch am 30.06.2024 noch besteht, in Höhe von 7,5% von 55,5555 persönlichen Entgeltpunkten einen Zuschlag. Und dieser Zuschlag ist abschlagsfrei. Okay, jetzt müssen wir natürlich Folgendes sagen. Die Höhe des Zuschlags ist laut dem Gesetz, was ja zum 1.07.2024 in Kraft treten soll oder schon in Kraft treten soll, unterschiedlich. Und zwar, diejenigen Versicherten, deren EM-Rente oder hinterbliebenen Rente in der Zeit vom 01.01.2001 bis zum 30.06.2014 begonnen hat, die bekommen 7,5% Zuschlag, wenn deren Rente oder nachfolgende Altersrente am 30.06.2024 noch besteht. Alle diejenigen EM-Rentner oder hinterbliebenen Rentner, deren Renten am 01.07.2014 bis zum 31.12.2018 begonnen haben, die bekommen nur 4,5% Zuschlag. Diese Regelung trifft auch für die Begünstigten zu, die nach einer EM-Rente eine Altersrente bezogen haben. Ich hatte Ihnen dieses Beispiel jetzt gerade genannt. Und diese Altersrente am 30.06.2024 noch besteht. Meine Damen und Herren, ich kann nur vorschlagen, bitte warten Sie den 01.07.2024 ab. Die meisten von Ihnen werden schon um diesen Zeitraum vielleicht ab Mai 2024 bis August 2024 einen Änderungsbescheid bekommen. Meistens dann mit der Rentenerhöhung, die ja auch noch möglicherweise dann kommt, vielleicht 3,5 oder 6%, je nachdem, was der Hubertus Heil im März 2024 da bekannt gibt. Und dann werden Sie ja sehen, ob Sie mit dabei sind. Ja, Sie gucken da bitte ganz genau hin, ob es dann noch mehr Entgeltpunkte gibt, die in der Entgeltpunkteberechnung als Zuschlag ausgewiesen ist. Erinnern Sie sich bitte daran, Mütterrente 1 und 2, vor allen Dingen die Mütter, müssten das mitbekommen haben, die als Bestandsrentner die Mütterrente 1 und 2 bekommen haben, die haben auch diesen pauschalisierten Zuschlag bekommen, abschlagsfrei, auf die Entgeltpunkte Kindererziehungszeiten. Aber die Rechtslage ist nicht ganz so einfach. Ich habe Ihnen das ja auch hier mitgeteilt. Betroffene, die vor dem Jahr 2019 eine Rente zum Beispiel wegen teilweise Erwerbsminderung bekommen haben und dann nach dem 31.12.2018 aus dieser teilweise Erwerbsminderungsrente dann heraus mit einem neuen Leistungsfall eine volle EM-Rente erhalten haben, da sieht die Sachlage gar nicht so einfach aus. Da sind wir uns nicht sicher, ob die Betroffenen hier den Zuschlag tatsächlich erhalten. Wir glauben nein, weil in der vollen EM-Rente sozusagen der Vorteil schon mit einbezogen wurde, nämlich die neuen Zurechnungszeiten, die es nach dem 31.12.2018 gegeben hat. Das heißt also, alle diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die zum 01.01.2019 eine EM-Rente bekommen haben oder eine hinterbliebene Rente bekommen haben, sind ja von dieser Regelung sowieso nicht erfasst, weil sie viel längere und günstigere Zurechnungszeiten haben und damit auch schon per se höhere Renten bekommen. So ist die gesetzgeberische Intention. Das ist auch der Grund, warum es diese Zuschlagslösung für rund drei Millionen Bestandsrentnerinnen und Rentner zum 01.07.2024 geben soll. Also meine Damen und Herren, ich hoffe, ich konnte hier nochmal für Rechtsklarheit sorgen. Schauen Sie sich einfach bitte nochmal die Übersicht an, die hier im Video dann auch abgebildet ist. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Sie können selbstverständlich, wenn Sie im Zweifel sind, gerne unseren EM-Rentencheck für 59 Euro auf rentenbescheid24.de buchen. Da können wir Ihnen die Rechtslage dann auch nochmal entsprechend schriftlich darlegen. Näheres wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen die Rechtslage.